Untertitelung des ZDF, 2020 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 Test. So, liebe Zuschauer, eine besondere Frau, und zwar die im Seniorenbeirat der Stadt Dortmund zu Hause ist und da mitwirkt, ist Gerda Hans. Ach, Gerda Haus sogar noch. Nicht nur Hans, sondern auch Haus. So, Sie werden die Ehrung vornehmen gleich. Morgen und Sie werden mit der Frage für Siegler und den Verlierer. Sieger des Kampfes, Röttingen, Femminklöder und von der Femminklöder. Vielen Dank. Vielen Dank.